Chloé Kardashian Quotengarant, so will Chloé Kardashian. Das Bar-Bü-Geschlecht verraten Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Genau diese Frage stellen sich die Fans von Chloé Kardashian, 33, seit sie am 21. Dezember ein Bar-Bü-Bauch-Foto gepostet und ihre Schwangerschaft via Sozialmedia offiziell bestätigt hat. Da sich bereits im sechsten Monat befindet, dürfte ihr das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekannt sein und tatsächlich will sie es auch bald öffentlich verkünden. Wäre aber keine Kardashian, wenn sie ihre Baby-Nives nicht ein bisschen nutzen würde, um das Reality-Imperium ihrer weltberühmten Familie zu unterstützen. Die Schwangere bestätigte jetzt ohne Lehne, dass sie das Geschlecht ihres Kindes vor einem Millionenpublikum in der TV-Show Capping-U-Witte-Kardassians enthüllen werde. Als einer ihrer Follower sie bei Twitter fragte, wirst du das Baby-Geschlecht am 7. Januar bei Kubik verraten? Antwortete die werdende Mama prompt, wir werden es in der Serie bekannt geben, aber nicht in dieser Woche. Seit der Bestätigung ihrer Schwangerschaft postet immer wieder Bilder ihrer wachsenden Kugel und zelebriert ihre Liebe zum werdenden Vater Tristan Thompson, 26. Hat die Geheimniskrämerei also aufgegeben, im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester Cülie, 20, die ebenfalls ein Kind erwarten soll, aber zurzeit fast spurlos von der Bildfläche verschwunden ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017